und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play league of legends dieses mal sind wir hier wieder in einem kleinen prevent video und aber diesmal nur zu zweit ich spiele mit philip ich habe jetzt nur vorher noch eine kleine ansage gemacht weil ich das video spontan aufgenommen habe und deswegen weder ansage noch sonst irgendwas gemacht habe ja das ist auch eigentlich schon alles was sie noch vorher sagen wollte ist ja wir hatten eigentlich vor zu trollen und ja wir haben mit unserem trollen dann übelst gerockt jedenfalls mal ich philip hat dann noch mehr getrollt aber ich habe damit nicht so einigermaßen ordentlich gespielt also spiel war ziemlich lustig ich hoffe euch gefällt und ja viel spaß beim ansehen bis zum nächsten mal so jetzt habe ich was starte ich denn ich glaube ich starte mal mit mana regeln ich habe mit er hat es ist die passenden zu bringen ich bin nach der nun geht das man den jungen hauge ich bin er kann mir eine blu machen er hat aber wir ohne blu machte und du erne ich mache es und du machst du Ja, kann ich ja nicht. Oder ich mach enemy blue, äh, red. Doch, du machst, äh... Doch, du hast mei... A load, bot? Fragezeichen? Komm, wir starten am... Wir starten am der und red, komm her. Ich doch nicht. Ich will den blue haben von ihm. Morder ist anscheinend discon. Ich werde ihn jetzt gleich dem blue snacken, er wird bestimmt lieben, ich seh. Oh, mein Gott. Mal gucken, ob ich's schaff, ihn wegzusmalten. Ich dachte, du wolltest den in den red machen. Oh, nee. Ich geh mit dir. Nee, ich geh mit dir. Ja, meiner. Oh, mein Gott. Hier, und die kleinen Pierser. Äh... 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 Oh... Nein. Äh... 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 Ah, mein Ton ist viel zu laut. Ich muss den... Warum denn du hast Smite? Ja, aber ich habe nicht mehr so viel Leben. Ja, hast du dir keine Heal-Pots gekauft? Ich drücke zu wenig Damage. Was hast du denn für Runen? Abnehmen. Gar keine, das ist gut. Nein, abnehmen. Ah, warte, ich muss gerade kurz meinen Sound leiser machen. Wieso spielst du denn auf AP? Im Jungle? Ha, geschafft. Ich habe einen Daumen bekommen. Oh, Philipp. Weil ich ein Master Yi bin. Warum spielst du denn auf... Also, Jungle Master Yi spielt normalerweise immer auf AD, aber gut. Ich weiß, aber... Wenn wir schon trollen, dann trollen wir doch richtig. Von mir aus. Ich gewinne sogar noch die Lane, einfach weil ich einen Blue habe. So, ich komme dann mal top und töte den Teemo. So, also Ryze ist fast tot. So ist Platz. Das ist so OP, wenn du mit Lux am Anfang einen Blue hast, hat der Gegner keinen Schnitt. Aber der Little Ryze ist aber auch schlecht. Ist doch richtig derbe. Was haben die nochmal im Jungle? Weiß nicht, nix so fähig. Ah doch, ein Wipe. Wie gesagt, nix so fähig. Ah, das war vorhin schon voll geil. Oh mein Gott, sie trollen beide. Ja. Was ja auch gar nicht zu erwarten war. Da wir ja auch die gleichen Namen haben. Da hätte ja niemand drauf kommen können. Weil ich nicht mehr. Noch dazu die Minions. Oh lord. Ich kippe dem so auf die Fresse, dem Ryze. Hä? Ich bin doch alleine, du Hure. Ja, ich hab Pimo gefeatet. Komm, Philipp, du übertreibst noch nicht, okay? Ich will schon gewinnen. Ja, ich wollte ihn snacken, guck dir wie wenig Leben der hatte. Mein Alpha Strike hätte ihn eigentlich getötet. Bloß er ist an den Falschen gegangen. Malfit hat gerade so überlebt, wegen sein Schild. Sehr froh, dass ich keinen Mana habe, mein Freund, sonst wärst du jetzt so tot. Oh mein Gott, diese Ult. Voll bad. Hast du ihn getötet? Nee, ich hab meine Ult gefehlt. Ja, genau. Ja, wir haben drei Smites. Ja, stimmt. Ich hab meinen Smites ready. Dragon? Nee, aber nicht. Ich muss jetzt erstmal was kaufen. Ich hab zu wenig Mana. Ja, komm mal, komm mal, komm mal. Komm schon, Ryze. Trau dich. Ernster Philipp. Oh, ein bisschen farm. Ja, geh in deinen Wix-Jungle. Ist trotzdem kein Farm. Lol. Oh, lol, das Ding. Ich hab mich auch nicht gesehen. 25 Amor. Ja, mach mal eine mit Fluch. Wenn du eh treu bist, dann kannst du dir noch mehr geben, weil dann hole ich wenigstens noch ein paar Kills für uns raus. Ryze sind bängig nämlich. Warte, wir killen zuerst mal. Catelyn ist nicht mal am verlieren. Ja. Ja, Philipp. Du bist Level 4. Ja, Nico. Warte. Warte, ich knallt. Du meinst, du meinst, du meinst, ja. Ja. Jetzt hilft der Catelyn beim Dragon. Ja, ja. Auf retten, muss nur halten. Great decision. I'll look into it. Welches Level ist Catelyn? 6. 7. 5. 15. 15. 16. 16. Oh mein Gott, was saften ihr da drüben schon wieder? Ich, ich gehe zum Enemy Red. Oh ne, da ist gerade jemand entgegengekommen, wurde. Wollen wir den mal schütten? Ja, das Malphite, das ist es ja. Einster Philipp, das Snack. Das Snack. Ich habe nur mein Q gemacht. LOL! Verarschen mich. Zu früh mein E aktiviert. Ja, guck. Jetzt können wir den Tower pushen. Ich bräuchte halt mal den Blue. Ich gehe mal Catelyn holfen. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Feed ihn bitte nicht, okay? Wir haben genug getrollt. Du hast genug getrollt. Du hast auch genug getrollt, so ist das nicht. Ich habe dir gleich gesagt, dass ich einen Troll gerne mache. Jetzt spiele ich, äh, kaufe mir Trinity Force, damit ich auch ein bisschen, dann kaufe mir eine Warmox. So, jetzt spiele ich, äh, kaufe mir Trinity Force, damit ich auch ein bisschen, dann kaufe mir eine Warmox. ahhh, ich habe's, äh, das ist ein bisschen, dann spiele ich Full-Tech. Alter, die lassen mir echt keine Kills nicht holen. Die denken, du wärst halt immer noch ein Toller. Das stimmt. Warum spielst du denn dann auf AP? Ja, ich spiel teilweise auf... Spielst du Fried oder was? Ich hab nur AP. Masteries. Mehr hab ich nicht auf AP. Aha. Okay. Ist er schon wieder da? Weiß man nicht. Besser lassen. Das macht er ernsthaft den Blue, der Homo. Arschgesicht. Wollte ich eigentlich haben. Können wir den hier in Blue machen, Philip? Ja. Hast du auch deinen Smite? Ja, aber dann müssen wir schneller machen. Melfeld macht ihn schon. Ich bin auf dem Weg. Geh du schon mal hin und lenke ihn ab. Ich bin gleich da. Insofern mache ich ihn halt. Ja, ich kann mir mit Ult snacken. Ja, ich kann mir mit Ult snacken. Nice. Fix ihn. Oh. Hart. Ich geh botlane. Ich geh Caitlyn helfen. Ich wollte vorher noch Alpha Strike auf ihm machen. Ich helfe ihm auch. Also wir versuchen jetzt die Kill zu snicken. Ja. Keine Schnitte. Brauchst du Red? Nicht wirklich, nein. Wer weiß. Hast du noch deinen Smite? Ja. Na gut, sonst hätte ich dem 1 gegeben. Okay, jetzt habe ich Red. We can do this. Okay, jetzt habe ich Red. Den will er jetzt machen, wo ich keinen Smite mehr habe, oder was? Ich habe noch Smite. Ja, wahrscheinlich auch. Okay. Ich habe noch einen Smite. Ich bin einfach in Speed geblieben. Ich bin einfach nur jetzt schon. Hallo Ash. Aber nichts mit Kills, ne? Wollte ich auch gar nicht. Ich hab nur den Klamm noch an. Was? Ash, go fuck yourself, oh holle. Das ist ja nicht unsere Schuld, wenn die zu dumm sind, um eins gegen zwei zu gewinnen. Oh lord. Ja. Denkst du, ich könnte ihn knallen, den Bryce? Aber der macht damage, oder? Hm, das geht. Der ist nicht so strong. Ich hab ihn schon dreimal getötet und er ist auch brutal unterlevelt. Obwohl du natürlich auch... Fresst mein E, ihr kleinen Homos. Ich hab mein E und Ult gemacht und sie war tot. Ja, ich hätte beinahe sie gekillt, während ich der Bryce bekomme. Nee, der ohne... Sie ist gestorben. Nein. Aber ich... Aber ich musste mich halt verziehen wegen Bryce. Ja, ich sonst gestorben wäre. Guck mal. Am Anfang haben sie noch gedacht, wir trollen, weißt du. Und jetzt bang ich die alle weg. Die ganzen Gegner. Keine Schnitte haben gegen eine gefeedete Lux. Der Ryze hat halt keine Chance gegen mich gehabt, weil ich First Blue hatte. Ich komme, ich komme, ich komme. Vielleicht können wir sie knallen. Ich hab sie beide geroutet. In fünf Sekunden hab ich Ult. Da ist Ryze. Auf, den töten wir. Okay. Hallo Ryze. Ah, schade. Oh. Oh. Fuck. Du bist zu unterlevelt, Phillip. Ja. Ja. Sonst hätten wir es geschafft. Locker. Ja, ich war aber auch... Dauer gestunt. Ja, klar. Und hab halt Tower Damage gefressen. Und Ignite. So, Morelos. Ja. Und die Asheville vor allem. Und ich hab dir noch ein Schild gegeben. LOL. Die haben nur Kills von dir. Hammergeil. Ja. Nee. Du bist so, wie sagst du? Bleiben uns für wenig zu essen. Aua, der Temo. Trượcis pueblo. Ich glaube weinhalb der Red, ich glaube nicht umgehört. Ich glaube aber Soliduster trotzdem s discussions like, miare der Red trotzsel. Ja, weil Morde auch Damage schweigt Ja, natürlich, ist ja auch Morde Oh, hallo Oh, die ist eher schuld Ja, kommt doch durch meinen E-Kopf Komm, komm Klein Duan Ja, ich hab zwar gerade gestunt Ja, ich hab jetzt Ja, Philipp Ja, du machst halt keinen Schaden, wenn Timo nicht blindert Ja, ich hab jetzt Ja, ich hab jetzt Ja, dann hätt ich auf jeden Fall einen Kill Ja, wer hätt's gedacht, dass wir Pre-Mids sind Ich hätte auch Q machen können, aber Ich hätte auch einen Smite gehabt, so ist das nicht Ja, ich hab' den Knoten mit Ja, ich hab' den Knoten mit Scheiß, Pils Ja, tja. Das ist mal jetzt immer noch. Ja, super. Unsnackbar. Vor allem weil der Melfast so schlecht ist. Du kannst echt jedes Mal sterben. Wie schaffst du das? Ich hab halt nicht wirklich viel Leben. Ja, vor allem bist du sauerunterlevelt. Das ist das Problem. Das auch. Ich bin einfach... Ja, 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 ja. Genau ist das eben. Ich mach einfach den meisten Schaden. Ich hab 14 Assists mittlerweile. Weil ich einfach bei jedem Kill eigentlich fast den kompletten Schaden mache. ... Nein, soll ich sterben? Scheiße. Was, du bist gestorben? Ja, ich hab noch versucht Timo zu holen, bin deswegen gereckt. Ich hab noch meine Ult gemacht, dann hat Ryze mich gecaged, dann war ich tot. Okay, ich will mir grad ein bisschen Level und Farben auf der Spot-Lane. Ja, macht das. Bis Level 12 mittlerweile. Immerhin fast so hoch wie unser ADC. Man macht Enemy Blue. Ja, darf doch. Ja, ich weiß. So, ich kann mir jetzt... So, wie spielst du denn jetzt? Aha. Pass auf, die kommen zu dir, Philipp. Na, das sollen sie doch machen. Du musst jetzt nicht unnötig fienden. Du kannst ja trollen. Du kannst ja reinrennen, deine Ult machen oder rausrennen. Wenn du das überlebst. Aber viel ist jetzt wieder mehr, aber ich bin da viel schneller als ich lerne. Ich kriege aber so schnell mal einer dazu. So, was kaufen wir jetzt? Jetzt wollte ich mir ein bisschen Leben kaufen. Sag mir mal ein gutes Leben, Alter. Was? Was? Ich bin mal Sashi. War Mox. Ist auch mir angepasst. War Mox ist immer gut. War Mox ist immer gut. Aber ich denk mal ein Frosthamer wäre gut. Warte, du bist jetzt... Damit du ein bisschen CC hast und es bringt dir auch 1000 Leben oder so. Nein, ich kann es aber... 700. 700, ja. Ja... Guck ich mir einen Frosthamer heute an. Ich mach den Malphite fast 1-Hit. Naja... Ja, also mehr als... Mehr als 3 Viertel seines Lebens. Meine Farm. Ich krieg einfach 116 Damage ohne Crit. An Towern mein ich. Dieses Lock. 117. 117. 107. 207. Und das ohne Damage. Also ohne wirklich Damage gekauft zu haben. Guck mir das auch nicht... Ja wegen der E. Die gibt einem halt einen Haufen Ade. Ah, das ist eben Surrender. Siehste? Trotzdem gewonnen, trotz Troll. Jaja, wie hätte das gelb gegeben. La 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 La